KRONE HIT. Wir sind die meiste Musik. Meinrad und Anita Backstage. Der Guten Morgen Österreich Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum KRONE HIT Video Podcast. Eine heiße Woche in ganz Österreich. Wir schwitzen auch hier im Studio um die Wette. Aber wenn es wirklich so heiß ist, dann können wir das Studio hier ganz einfach austauschen. Schon besser. Und jetzt noch ein bisschen Obst, wenn es geht. Und jetzt noch, wie wäre es mit passenden Drinks? Auf jeden Fall. Also so lässt sich es echt leben. Ja, die Drinks finde ich schon sehr gut. Und das, was du dir lange gewünscht hast, passiert jetzt. Ich packe mich ins Sommeroutfit. Das Hemd bleibt blau, nur die Ärmel sind jetzt kürzer. Ich sehe, du magst meine kurzarmblauen Händen. Da hat sich einer auf Facebook gepostet, ich schaue aus wie ein Schaffner von der ÖBB, oder? Ja, das war nicht besonders lustig. Das ist die Sommeruniform. Okay, aber jetzt geht es los mit der Arbeit. Anita, du telefonierst, weil es geht um eine Menge Geld. Ja, richtig viel Kohle. Ich sage nur 10.000 Euro, wenn du das Richtige sagst, wenn du abhebst. Nämlich sechs ganz bestimmte Worte. Ich höre Krone Hits, die meiste Musik. Sofort sagen, kein Hallo, kein Wer ist dran oder Wo bin ich? Ich höre Krone Hits, die meiste Musik. Dann gibt es so viel Cash, bin ich dran. Und ich werde jetzt auch gleich anrufen. Mehr, mehr. Du musst mehr anrufen. Anita, mehr, mehr. Noch mehr. Mehr, ja. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Es geht um 10.000 Euro. Also richtig abheben und reinhören. Guten Morgen Österreich. Ab 5 auf Krone Hits. Krone Hits. Wir sind die meiste Musik.